hallo meine lieben heute bin ich mal wieder mit einem neuen video da und zwar habe ich auf dem kanal von nennt sich do what you love habe ich gesehen die liebe heidi bastelt ganz tolle solche sie nennt das cluster bordüren und ich habe ihr schon mal in die kommentare geschrieben dass ich das total toll finde wie sie das macht und dass ich ihr die idee klauen möchte und dass ich da eben auch welche machen will und da habe ich jetzt mal ein paar gemacht und die wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen also das ist jetzt zum beispiel so eine die ich gemacht habe dass es in lila gehalten ich habe es auch so gemacht wie die heidi ich habe einfach nur so restpapiere genommen weil also man kennt das ja jeder kennt das man hat so hunderte restpapiere rum liegen überall und naja man kann nicht immer alles nur ausstanzen 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 und da war mir die idee kam mir gerade recht ich habe das so gestöbert und habe das video von der heidi entdeckt ja und ich finde die idee eigentlich wirklich super also da habe ich jetzt einfach das in lila gehalten hat ein engel drauf gemacht diese diese glitzer schnörkel und halbperlen aufgeklebt da habe ich so eine gemacht und dann habe ich das in der art gemacht mit diesem schmetterling ein bisschen mehr in rosa gehalten und auch rückbisschen wieso ja das ist so optisch so hoch kommt mit diesen röschen und habe auch mit 3d blumen gearbeitet die habe ich mal ein tausch paket gehabt und federn das kann man eigentlich da könnt ihr wirklich also die heidi hat es auch gesagt da könnt ihr eure fantasie freien lauf lassen und ich finde das eigentlich total schön und ich habe sie auch nicht nur in lang gemacht sondern ich habe sie mir jetzt auch mal in so einem ja einfach in einem kürzeren und dafür breiteren stück gemacht weil ich einfach denkt man hat ja vielleicht auch mal andere karten oder ich habe jetzt der nadine von der kreativen bastelecke das video hat sie auch schon hochgeladen habe ich in flipbook gemacht und da habe ich das in der mitte auf die hauptseite quasi auch einfach so als deko drauf geklebt das finde ich eigentlich ist eine ganz tolle sache und ja also da hat mich die heidi voll inspiriert ich habe hier voll losgelegt und habe da recht viele gemacht und habe dann auch mal so eine karte gemacht so wie ich mir das jetzt zum beispiel vorstellen könnte also ich habe da wirklich nur ein kartenrohling die vom action die kennt jeder und habe dahinter so ein papier geklebt und habe dann einfach diesen diesen cluster den ich quasi das so gemacht habe drauf geklebt hier kann man noch ein bisschen was schreiben wenn man es möchte man kann aber auch einfach jetzt ein papier nehmen und kann dann hier noch einen spruch drauf stempeln wie so ein fähnchen einschneiden oder so also da hat man ganz viele möglichkeiten und ich finde das macht eigentlich so eine karte gleich richtig schön als mir gefällt es sehr sehr gut ja ich war ein bisschen im fieber und habe hier noch gerade noch zwei gemacht und habe dann jetzt mal versucht dieses dieses velum paper mit dazu zu verarbeiten weil ich habe das zwar gekauft weil ich eigentlich schön fand aber naja ich bin da aber nicht so der held und ich hatte auch immer ein bisschen angst dass man das so durch sieht aber jetzt habe ich einfach klebe maus und drüber und man sieht das eigentlich gar nicht ja die zwei habe ich dann noch gemacht und dann habe ich mir gedacht ich mache das mal noch in rund da hat mir jetzt auch sehr gut gefallen da muss ich nur aufpassen da ist eine rose noch nicht ganz getrocknet das habe ich nämlich gerade erst gemacht und die finde ich jetzt zum beispiel richtig schön also das ist so etwas was mir richtig gut gefällt mit diesem relativ schlichten aber man da zum beispiel eine karte hat und ihm einfach einen breites papier und das in der mitte drauf hier kann man noch einen schönen spruch hin stempeln auf auf einem fähnchen oder so also ja das finde ich eigentlich immer ganz hübsch also wie gesagt die sind noch nicht ganz trocken das sind so ein bisschen meine werke die ich gerade so ein bisschen gewirkelt habe und dann habe ich noch zwei gemacht in grün also das ist auch so das sieht man gar nicht so das ist so grüner glitzer cardstock gewesen habe ich ein bisschen ausgestanzt und ja habt es einfach auch sehr sehr klein gehalten aber ich finde wenn man zum beispiel ein schönes geschenk verpackt dann könnte man das auch so drauf kleben also ich finde das nicht so abwegig dass man das auch bissel bissel kürzer halten kann ja das sind so meine werke die ich jetzt gerade in letzter zeit so ein bisschen gemacht habe da bin ich gerade ein bisschen und ich habe der heidi versprochen dass ich ein video mache und das habe ich jetzt quasi hiermit getan liebe heidi vielen dank für diese wunderbare idee ich finde das echt richtig klasse gerade auch wirklich so zum reste verarbeiten und ja wie gesagt das kennt ja jeder jetzt habe ich mal noch eine eine frage und zwar habe ich mir überlegt manche wissen das ja vielleicht schon ich bin ja von beruf floristin und jetzt fängt ja das große herbst basteln an und ich dachte mir vielleicht nehme ich euch mal mit auf auf ein zwei drei tutorials für herbstdeko jetzt aber vielleicht mal nicht unbedingt nur mit papier sondern vielleicht mit zweigen wären ich möchte eigentlich habe eigentlich vor flecken ranz zu machen den man auch ganz ganz leicht selber nach machen kann und vielleicht so ein windlicht wo man sich hübsch auf den tisch stellen kann hat mit papier basteln in dem fall nichts zu tun aber kreativität ist kreativität oder nicht also ich denke papier basteln hin oder her aber vielleicht können wir ja mal was anderes zusammen basteln also wenn ihr lust dazu habt dass ich euch das mal zeige dann schreibt mir einen kommentar in die info in die unter schreibt mir ein kommentar in die kommentare und ja dann werde ich mir was überlegen und werde euch dann da mitnehmen auf diese kleine reise in die herbst welt weil jetzt auf der arbeit geht es auch schon los so langsam aber sicher und ja ich habe noch relativ viel zu hause von zu herbst sachen weil ich war ja jahrelang selbstständig mit einem blumenladen und meine bühne quillt über habe jetzt auch meine ganzen herbstbänder und sowas mal raus geholt und wie gesagt also das würde ich euch gerne zeigen wollen wenn es euch interessiert wenn es euch nicht interessiert okay vielleicht mache ich es trotzdem dann müsste es euch trotzdem anschauen das weiß ich noch nicht aber auf jeden fall wäre das mal so eine idee von mir und ja dann werde ich jetzt mal noch ein bisschen weiter basteln und dann sehen wir uns beim nächsten mal